Also Mode muss auf jeden Fall für mich bequem sein, dann muss Mode für mich autentisch sein, das muss meine Persönlichkeit widerspiegeln, ich möchte mich nicht verstellen und Mode muss irgendwie auch meiner Figur schmeicheln, nur als zu eng, nicht zu kurz sein, ich muss mich einfach wurscheln. Mode muss für mich von morgens bis abends gut funktionieren, am Morgen im Job und am Nachmittag mit den Kindern und ich lege großen Wert auf gute Qualität, weil das sieht man. Mode ist ein wahnsinnig großer Begriff, das bedeutet so viele unterschiedliche Dinge, es hat so viele Facetten und wir beschäftigen uns mit jeder Einzelnen davon. Das heißt einmal natürlich, für wen machen wir die Bekleidung, wie fühlt sich diese Person heute, morgen, in einem Jahr oder in zwei Jahren, was sind die Bedürfnisse und wie möchte sich jemand auch kleiden und ausdrücken, wie möchte jemand seine Identität zeigen und dazu ist natürlich mega wichtig die Kultur und der Zeitgeist, in dem wir leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.